Mit Beharrlichkeit und Unternehmungslust hat Daniela Katzenberger bewiesen, dass sie kein gewöhnliches Mädchen, sondern eine exorbitante Allrounderin ist. Die am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen geborene Schauspielerin, Reality-Show-Darstellerin, Moderatorin, Gastronominid und Autorin begann ihre Karriere als Fotomodell für Aktaufnahmen. Danach bewarb sie sich für die Vox-Reality-Show auf und davon. Zunächst war sie eins von mehreren jungen Mädchen, die eine vom Fernsehteam begleitete Auslandsreise unternahmen, um ein Praktikum oder ein Auslandsjahr zu absolvieren. Doch die aufgeschlossene Daniela Katzenberger zeigte dabei ungewöhnlich viel Kreativität und wurde schnell zum Star. Die Katze, wie Daniela Katzenberger auch genannt wird, beweist, dass es sich lohnt, seinem Traum zu folgen. So eröffnete sie mit Partnern das Café Katzenberger auf Mallorca und es wurde ein Renner. Viele der Fernsehzuschauer, die mitverfolgen konnten, wie sich Daniela zum Beispiel über das Logo und den Einrichtungsstil des Cafés Gedanken machte, besuchten schließlich das Lokal vor Ort. Daniela Katzenberger veröffentlichte auch eine Single, Nothing's Gonna Stop Me Now. Mit ihrem Gesangstalent schaffte sie es in die Top 20. Anfang 2014 bewies die erfolgreiche Businessfrau auch privat ein goldenes Händchen. Sie fand ihr persönliches Glück mit Lukas Cordalis. Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis wurden am 20. August 2015 Eltern von Tochter Sofia. Am 4. Juni 2016 gaben sie sich in Bonn auf dem Petersberg das Jahrwort. 200 Fans von Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis konnten Tickets für die Hochzeit kaufen, die live im TV ausgestrahlt wurde. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal für mehr Videos und lasst ein Daumen hoch da. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020